Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück! Eine Woche MW3 ist jetzt hinter uns und dieses Game macht im Gegensatz zum letzten Jahr unfassbar viel Spaß. Und man muss es einfach so sagen, es ist wirklich an dem Punkt aktuell egal, ob DLC oder nicht. Sledgehammer Games hat innerhalb der ersten Woche mehr auf Feedback gehört als Infinity Ward in dem ganzen Jahr. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, es ist ja mehr oder weniger DLC, 70 Euro ausgeben will ich nicht. Für alle, die dies ausgegeben haben, stellt sich natürlich die Frage, wie genau spiele ich meine Klassen eigentlich? Und in MW2 hatte ich ein paar Perks vorgestellt, habe aber das Interesse daran verloren, weil dieses Game einfach so langweilig war. Und die Perks zu 99% sowieso nicht richtig funktioniert haben. Dieses Jahr funktionieren sie richtig und ich habe hier zwei Klassen für euch und ein paar Erklärungen, warum ich persönlich die Klassen so spiele, wie ich sie spiele. Und den könnt ihr mit euren Klassen vergleichen und gucken, ob ihr vielleicht was mitnehmen könnt oder ob ihr vielleicht noch Tipps für mich habt. Einen wichtigen Tipp, den gebe ich euch jetzt und das ist einmal ganz kurz Werbung, Leute. Die Black Week startet morgen. Morgen ab 16 Uhr könnt ihr bei Holy komplett euch eindecken für das ganze Jahr. Black Week bedeutet aber auch, so wie jedes Jahr, es gibt irgendwas extra dazu. Drei neue Sorten, die ihr eventuell noch gar nicht kennt. Butterfly ist unter anderem da. Buttergum Butterfly ist nichts anderes als die Kindheitserinnerung an eure Kaugummi-Zeiten. Es schmeckt 1 zu 1 wie Kaugummi. Ich habe es ein bisschen verglichen mit Huberbubber zum Beispiel. Gestern im Stream das erste Mal getrunken. Unfassbar süß. Wird nur zur Black Week verfügbar sein. Aus einem einfachen Grund. Holy hat sich wirklich bei Gründung auf die Fahne geschrieben. Nur natürliche Sachen, nur natürliche Geschmäcker. Das hier war eine Ausnahme, weil die Community sich das gewünscht hat. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf wirklich Bubblegum, das ist eure Chance dick zuzugreifen. Dazu gibt es, jetzt dürft ihr nicht lachen, Woodroof Wolf. Es ist im Prinzip Waldmeister. Auch das wird wahrscheinlich nicht allzu lange verfügbar sein. Und zusätzlich habt ihr die Option, dass ihr euch Whiteberry dazu nehmt. Alle drei Geschmäcker bei mir gestern angekommen. Alle drei gestern im Stream schon durchgenommen. Ich kann euch sagen, das hier absoluter Geheimtipp. Wird es nur in der Black Week geben. Das Geile an der Black Week ist, morgen 16 Uhr Start. Ich mache jetzt auch ganz schnell. Ihr habt die Möglichkeit ein Holy Auto zu gewinnen. Ihr habt die Möglichkeit 5 Playstation 5 zu gewinnen mit Holy Skin drauf. Ihr könnt 10 Holy Neonschilder gewinnen. Diese riesigen Teile, die arschteuer sind, die ich mir nicht leisten will aktuell. Und ihr könnt 100 mal einen 100 Euro Holy Gutschein gewinnen. Ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Ab 10 Euro Einkaufswert bekommt ihr ein Los. Alle 10 Euro neu bekommt ihr ein weiteres Los. Das heißt, wenn ihr euch die drei neuen Sorten abholt für, keine Ahnung, mit Rabattcode von mir, Schäppi, 100 Euro, bekommt ihr zum Beispiel 10 Lose und habt die Möglichkeit daran teilzunehmen. Dicke Empfehlung von mir. Und ich sage es euch, Bubblegum, Leute, solltet ihr mindestens einmal probiert haben. Ansonsten kann ich euch nicht helfen. Im Klassenediteur von MW3 haben wir im Prinzip eigentlich ein komplett anderes System als in MW2, obwohl wir fast das gleiche haben. Es ist ein bisschen kompliziert, aber die Perks und alles andere aus MW2 sind komplett überarbeitet worden. Wir haben Handschuhe, wir haben Schuhe, wir haben Ausstattung, wir haben Westen. Das System, was wir haben, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hätte am liebsten Pick-10-System, aber Infinity Ward hat das ja, das wissen wir mittlerweile offiziell im Prinzip verboten, haben sich dagegen eingesetzt. Und ich zeige euch instant einfach mal die beste Klasse im Game aktuell. Das hier, Leute, ihr werdet gerade in SBMM-Lobbys, wo ihr mit besseren Spielern spielt, seht ihr diese Waffe und dieses Setup einfach überall. Ihr könnt euch das auch gerne kopieren, das hier könnt ihr wahrscheinlich wegen mir nicht sehen. Das hier ist der Rückstoß-Reduzierungsschalldämpfer, beziehungsweise Rückstoß-Reduzierungskolben-Blechdämpfer. Das ist eure Schulterstütze. Diese Waffe one-burstet auf eine Entfernung, wie ich es noch selten bei einer Burstwaffe gesehen habe. Hierzu der beste Schalldämpfer im Game. Den schaltet ihr frei, indem ihr die Striker auf Level 12 spielt und die Langbogen auf Level 3. Das ist alles, was ihr braucht. Das ist das erste Mal seit drei Jahren, dass wir einen Schalldämpfer bekommen, der keine Nachteile hat. Er nimmt euch einfach nur vom Radar, wenn ihr schießt. Und diese Waffe, ich schwöre es als Leute, ist absolut geisteskrank. Ihr one-burstet auf jede Distanz. Die Waffe ist unglaublich genau. Der Burst-Delay ist unfassbar niedrig. Alle, die damals BO3 gespielt haben, werden sich an die M8 erinnern. Alle, die Cold War gespielt haben, werden sich an die Cold War Auk erinnern. Diese Waffe, dicke Empfehlung. Testet sie aus, spielt sie auf Gold, spielt sie auf Diamant oder sonst was. Es ist unfassbar geil. Dazu, ich zeige euch nur einmal ganz kurz die Stats von der Waffe bei mir. Ihr wisst ja, ich gehöre nicht zu den Neffentrotteln. Ich spiele einfach so, wie die Lobby sind. Und das bedeutet, 1,4er KD mit SBMM, 1,5er Sieg-Niederlagenquote. Und hier links oder rechts oben könnt ihr auf den Controller L3 drücken. Und dann seht ihr dort, wenn ihr L3 drückt, wie die KDs mit den einzelnen Waffen bei euch sind. Und diese Waffen habe ich bisher nur gespielt, um sie hochzuleveln. Und das war es eigentlich. Und ihr seht es, 1,7er KD mit der Burst-Waffe. Diese Waffe ist absolut geisteskrank. Ich kann sie euch nur empfehlen. Jetzt wollt ihr aber mit Sicherheit auch wissen, okay, die Waffe. Warum aber diese Perks? Das Erste, ich spiele in jeder meiner Klassen, wirklich in jeder ohne Ausnahme Infanterie-Weste. Erhöht die Dauer des Tag Sprints, das brauche ich, weil Slide Cancel noch nicht 100% so ist, wie es zu Vanguard-Zeiten war. Wo sich der Tag Sprint nach dem Slide Cancel automatisch komplett regeneriert hat. Und ihr seid schneller. Das heißt, ihr bewegt euch schneller und ihr bewegt euch mehr. Infanterie-Weste für mich absolutes Muss. Ich habe lange überlegt, wie ich es hinkriegen kann, dass ich eventuell Overkill-Weste mit reinnehme. Hier habt ihr eben schnelleren Waffenwechsel, Nachlagen beim Sprinten. Das Problem bei dem Ganzen ist, euch fehlt eins. Und zwar braucht ihr dann, damit ihr euch schneller bewegen könnt, wieder die richtigen Stiefel. Und das Problem, was es damit gibt, zeige ich euch gleich. Und zwar, hier Stim und Sprittergranate. Jeder, der die Karten kennt, macht unfassbar viele Nate-Kills. Aktuell funktioniert eben auch Kugelweste als Perk noch nicht richtig. Was bedeutet, Nate-Kills, dicke Empfehlung. Und Stim, ihr kriegt zwar nicht diesen Stim-Boost, den ihr in Rebirth Island damals bekommen habt. Aber in vielen Situationen, dadurch, dass wir kein Perk haben, was uns schneller regenerieren lässt. Ich hoffe, sowas wie Quick-Fix kommt noch ins Game. Braucht ihr es einfach, um in gewissen Situationen schnell wieder Full-Health zu haben. Muni-Kiste für mich, weil ich kein Plünderer-Spiel. Und hier, eins der wichtigsten Sachen, damit sich das für euch auch anfühlt wie ein neues Game und nicht wie MW2-Kommandohandschuh. Im Sprint nachladen ist eine Sache, die wir in MW2 nicht hatten. Wenn ihr in MW2 nachgeladen habt, seid ihr mehr oder weniger... Ja, ihr konntet nicht mehr sprinten. Ihr konntet nicht mehr laufen. Ihr musstet an dem Punkt stehen bleiben und konntet nur noch gehen. Ein schreckliches Gefühl. Und gerade, wenn ihr Slide cancelt oder wenn ihr slidet, wenn ihr rutscht, wenn ihr aus dem Gunfight rausgeht oder euch neu positionieren müsst. Kommandohandschuhe sind the way to go. Es gibt eine Sache, die ich eigentlich gerne auch spielen würde. Aber ist es nicht wert für mich, Kommandohandschuhe rauszunehmen, zwar Sturmhandschuhe. Verbessert die Prezi und die ADS-Time beim Springen. Beim Springen geht sie natürlich etwas runter. Das Problem ist, ich kann hier drauf nicht verzichten. Probiert es unbedingt aus. Bei den Sneakern, ich habe es ja auch eben erklärt, ich habe überlegt und geguckt, wie ich meine Klasse ändern kann, damit ich eben verschiedenste Sachen habe, wie zum Beispiel Stalker, das sind die Pirscherstiefel. Oder wie ich die Möglichkeit habe, Laufschuhe mit reinzubringen, dann bräuchte ich keine Infanterieweste. Das Problem ist, nichts davon würde ich jemals rausnehmen für verdeckte Sneaker. Für den Störtgeräusche, ihr seid 100% mit komplett Totenstille. Eure Steps machen kein Geräusch mehr. Ob ihr rutscht, ob ihr lauft, ob ihr springt, ihr macht keine Geräusche mehr beim Laufen. Und 99,9% der Leute sagen geil und 0,01% der Menschen sagen, das ist aber unfair, wenn ich ihn nicht hören kann, wenn er hinter mir kommt und ich irgendwo sitze und dann höre ich das nicht. Ganz ehrlich, Totenstille ist ein elementares Perk seit 15 Jahren in Call of Duty und sorgt dafür, dass all diese frustrierenden Tode aus MB2, wo ihr irgendwie eine gute Map-Awareness habt und ihr kommt um eine Ecke und wollt jemanden irgendwie challengen und da sitzt einfach Herbert, der seinen Fernseher auf 80 Lautstärke gedreht hat und hört eure Schritte, weil ihr eben angerannt kommt wie so ein Elefant und tötet euch. Leute, es gibt für mich keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Macht es rein, verdeckte Sneaker, bestes Perk eigentlich und die beste Möglichkeit, die man hier sozusagen hat. Und dann das Letzte. Normalerweise würde ich euch dazu raten, dass ihr Bombenräume annehmt. Weniger Schaden durch Nicht-Abschussserien, Sprengwaffen und Beschuss. Also weniger Schaden durch Semtex, weniger Schaden durch Splittergranaten, weniger Schaden durch so viele Sachen, die geworfen werden können. Das Problem ist, Problem A, es ist aktuell verbuggt. Das hat Sledgehammer bereits mitgeteilt, während sie daran arbeiten, dass es zu nächster Woche gefixt ist. Das nächste Problem, was man hat, verbessertes Nachladetempo. Gerade bei Waffen, die man mit 30er Magazinen spielt oder SMGs, mit denen man ein unfassbares, schnelles Movement hat durch die Infanteriebeste, die wir spielen, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, auf den Magazin-Hifter zu verzichten. Wenn ihr jetzt eher etwas langsamer spielt oder langsamer spielen wollt, kann ich euch empfehlen, dann lasst es raus, nehmt euch Taktikmaske oder Bombenräumer mit. Es gibt noch die Option, Geist zu spielen, allerdings müsst ihr dafür in Bewegung sein. Sobald ihr ins ADS geht, werdet ihr auf der Minimap trotzdem wieder angezeigt. Geist wäre so ein Perk, was ich euch eventuell nicht aktuell empfehlen würde, sondern tatsächlich Bombenräumer, wenn es wieder funktioniert, Taktikmaske, weil viele Blendgranaten werden durch die Gegend geworfen oder ihr bleibt einfach bei aggressiver Spielstil, Magazin-Hifter, verbessertes Nachladetempo, let's go. Und ich habe noch eine Bonuswaffe für euch, das ist so ein bisschen der Sleeper aktuell, den könnt ihr euch auch nachbauen und es ist dasselbe wie eben mit dem Schalldämpfer. Der beste Schalldämpfer im Daymond, der Shadowstrike-Schalldämpfer, keine Nachteile. Hier steht, der die Präzision erhöht, davon habe ich jetzt noch nichts gesehen, aber ihr werdet auf dem Radar nicht angezeigt und ihr habt keine Nachteile. Es gibt auch die genauen Waffen-Stats, für die es irgendwie wichtig ist, ist das okay, mich braucht sie nicht. Das heißt, Shadow, Strike, Schalldämpfer. Ihr wollt diesen Händlauf vorne oder den Vordergriff haben. Höheres Bewegungstempo beim Ziehen, höheres Bewegungstempo, bessere ZV-Geschwindigkeit. Ihr seid schneller dabei, nach dem Sprint ballern zu können. Und die einzigen Nachteile ist Streuung bei Hüftfeuer. Das ist ein Kampfgewehr, wenn ihr da aus der Hüfte schießen müsst, ist in der Regel sowieso vorbei. Dazu 30-Schuss-Magazin, 30-Schuss ist perfekt. 45-Schuss macht alle anderen Stats viel zu weit runter. Das heißt, 30 reicht vollkommen aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr 45 spielen, braucht ihr aber bei dem Schaden nicht, den die Waffe macht. Wieder absolutes Lieblingsvisier, Black Ops 3 Time, Black Ops 3 Reversed. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Dieses Visier ist einfach Weltklasse und macht Spaß. Und dazu den Brünen Minutemannschaft. Bester Schaft für die Waffe. Ihr seid unfassbar schnell im Scope. Ihr seid unfassbar gut bei der Rückstoßkontrolle. Ihr habt so viele gute Eigenschaften mit dieser Waffe. Und das sind wirklich so Schwitzerklassen, die relativ viele aktuell spielen. Aber dadurch, dass ihr sowieso SBMM habt, könnt ihr ja auch auf eine gute Waffe zurückgreifen. Ich hoffe, das sind so ein, zwei Klassen, mit denen ihr ein bisschen was anfangen könnt. Gerade, wenn ihr so ein bisschen Probleme aktuell habt, irgendwie zu competen, sag ich mal. Klar, SBMM nervt und wir kriegen es auch irgendwie nicht raus aktuell. Aber wenn ihr in diesem Lobby schon spielen müsst, dann solltet ihr all dieser Klassen mal ausprobieren. Schreibt in die Kommentare, ob ihr die Setups, das heißt die Perks, die Ausrüstung, die Handschuhe genauso spielt. Oder ob ihr euch da für andere Sachen entschieden habt. Vielleicht habe ich ja was übersehen, was noch besser ist. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Und denkt dran, morgen 16 Uhr, Black Week beginnt. Ich bin raus.